Juhu! In dem Video hier werde ich über Alkohol sprechen. Ich bin seit mehreren Jahren trockener Alkoholiker. Ich weiß also, wovon ich rede. Erstens. Als erstes kann er Gedächtnisverlust verursachen. Zweitens. Was noch viel schlimmer ist. Drittens. Man kann sich auf jeden Fall schlechter erinnern. Viertens. 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 Durch Alkohol hat sich meine Merkfähigkeit verringert. Fünftens. Darum kann ich mich an keine Sechstens Wirkung erinnern. So, das waren die sieben krassesten Dinge, welche Alkohol verursacht. Siebentens. Also neben den bleibenden... Siebentens. Also neben dem Ausbleiben der Memorisierung. Warum. Was auch immer das heißt. Tschüss. 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 Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020